Und dann die 8 fressen. Oh, oh. Komm, komm, komm. Werd größer, werd größer, werd größer, werd größer. Werd größer, bitte, bitte, bitte. Ich versperre den Weg hier. Ich verstehe. Du gehst unten an, ich geh oben ran. Alles klar, wir machen Team. Wir machen Team. Komm, werd doch jetzt groß als ein Ding. Ah, da kommt ein Andi. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn nicht gesehen. Ich mache doch Team, ich mache doch Team, ich muss hier weg. So, und da bin ich wieder zu einer neuen Folge von... Was heißt zu einer neuen Folge? Zu einer der ersten Folge von Agario oder agar.io oder so ähnlich. Ich habe mich schon was eingestellt und ich drücke gleich auf Play und es leckt gerade etwas. Naja, jetzt geht's wieder. Das heißt, Agario, wer das Spiel nicht kennt, das ist ein Spiel mit Kreisen hier. Jeder ist so ein anders großer Kreis, anders farbiger Kreis. Man muss andere Kreise essen. Zum Beispiel die kleinen hier sind halt für alle, die können alle essen. Aber jeder, der hier mitspielt, ist ein anderer Spieler, der auch existiert. Also in echt, das ist keine NPC hier. Das ist ein Internetspiel. Und ja. Und man kann andere Kreise essen, die die größer sind. Die kann man halt nicht essen. Also wer der Größte ist, hat gewonnen, sozusagen. Du stirbst jetzt erstmal, Kollege. Zum Beispiel sterben meine ich jetzt mit, dass ich den jetzt hier aufessen kann, wenn der zum Beispiel nicht wegrennen würde. Gut, aber jetzt bin ich sehr, sehr langsam, weil je größer man wird, desto langsamer wird man auch. Gut, und der hat einfach Emre gegessen. Wieso ist der ein Emre? Hä, Kollege, wieso konnte ich den gerade nicht essen? Gut, und wenn man gleich groß ist wie... Oh Gott, Gesöhne hat. Oh Gott. Man kann sich auch spalten, nur mal so zur Info. Äh. Wieso konnte ich Emre nicht essen? Nein, ah, hab ich nicht gegessen. So, jetzt einfach hier Emre. Jetzt bist du das To... Das. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Genau. Und, ähm, genau. Unten links steht das Score, wie gut man gerade ist. Und oben rechts ist das Leaderboard. Das heißt, der, der am größten ist, das Origin. Der, der am größten ist, der am meisten Score hat. Also unten links. Der, äh, ist halt ganz oben. Das ist der größte Playoff... Ne, Pay, please, auf... Was, Schatter? Pupp. Ich hab... Ich hab keine Ahnung. Äh, Kollege. Stussy. Man kann sich auch spalten. Äh. Davor hab ich immer... Genau, das meinte ich! Mann. Gut, nochmal. Ähm. Also, das wollte ich jetzt mal so zu den Demonstrationszwecken. Ich hab mich jetzt extra, äh... Ähm... Getot... Getotet... Bin ich völlig behindert? Nein. Äh... Töten lassen, so rum. Äh... Und, äh... Ja. Alter, wieso leckt das gerade so? Es leckt gerade einfach bis zum Todes. Mein Internet ist momentan richtig, richtig schlecht. Und ich bin gerade am Vorproduzieren, denn... Äh... Es ist... Äh... What the hell? Cookie, hau mal ab. Cookie ist dritter. Der hat ganz viele kleine, ne? Zum Beispiel, da, wie man sieht. Äh... Das ist eigentlich eine gute Taktik. Nur, wenn dann so ein Riesen kommt. Riese wie links. Aber gut. Ähm... Codecat, hau ab. Ähm... Cookie kann ich essen. Cookie kann ich essen. Da hab ich mich zum Beispiel da gespalten kurz. Einmal mit Leertaste kann man das machen. Und dann hab ich ihnen zum Beispiel... Hier hab ich ein Stück von Cookie gegessen. Daher kommt ein männlicher Typ. Äh... Alter Schwede. Jetzt muss ich hier... Die Kleinen sind auch größer als die Großen. Hab ich, glaub ich, schon mal erklärt. Äh... Gesagt. Und dann kann ich mich auch, äh... Später dann... What the... Hey. Ich muss ja grad etwas abhauen gerade, weil ich nicht allzu groß bin. Ich kann mich auch wieder selber essen. Das kann ich dann gleich immer kurz demonstrieren. So, jetzt kann ich mich einmal selber essen wieder. Äh. Nein, oder auch nicht. Das war... Scheiße. Ich musste... Ich muss ein bisschen Platz haben, um mich selber zu essen. So, jetzt zum Beispiel. So, jetzt bin ich wieder selber geliefert. Und kann Wetter spielen. Mein Score ist gerade bei 115 gleich. Komm, die 15 schaffe ich noch. Ja, jetzt hab ich die 16 sogar. Äh, da ist Origin. Ich will dich hier haben. Dich will ich haben. Dich will ich haben. Oh, ich hab aber Angst vor Origin. Ich kann ihn eigentlich spalten. Er kann sich auch spalten und dann... Vierfach Kill machen. Alter Schwede. Hätte er sich jetzt gespaltet. So. Italien haben wir schon mal gesnackt. Äh... Genau so kann man mit Letters, da kann man sich teilen. Hau ab, Kollege. Kann man sich teilen. Und mit... Äh... Ach, nö, 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 nö. 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 Ähm. Alter, Hilfe. Einfach spannend. Äh, ich bin gleich bei 200. Komm, die 200 schaffen wir noch. Die 200 schaffen wir noch. Die 200 schaffen wir. Wenn wir muha, hau ab. Nein, nein. Ich muss irgendwo eine Ecke finden. Ich muss irgendwo... Ich glaube einfach ganz so... Straight on Water Hill. Äh, in die Ecke. In irgendeine Ecke. Das ist die Erde, das ist die Erde. Von der Erde kriegen was. Von der Erde kriegen was. Von der Erde, von der Erde, von der Erde. Erde, Erde, Erde. Erde ist mein, Erde ist mein. Nein. Nein. 52. Nein. Alter. Mann. Jetzt fangen wir wieder mit 0 an. Ne, mit 10 fängt man, glaube ich, an. Ach, Mann. Wir waren doch so... Ganz, ganz knapp dran. Ich war aber wieder zusammen. Also, ich war wieder als ein Ding. Glaube ich zumindest. So habe ich mich wieder gespaltet. Gespaltet, vor allen Dingen, ja. Deutschkünstler. Hier, join, hau ab. Ähm. Da ist ein Stück von join. Wieder unten links, hat man kurz gesehen. Ähm. Gedrackt. Gedrackt steht eigentlich nicht. Gedrackt. Kollege. Bleibt mal weg hier. Popunko oder so ähnlich. Wir spielen hier übrigens in, äh... Geh weg. In... Alter. In... Germany. Äh, in Germany sage ich schon. In, in, in... Da kann man nichts gegen tun, wenn die sich so spalten. Da kann man nichts gegen tun. Hier in Europa. Das, das wollte ich sagen. Wir können hier mal, äh... Nein, können wir nicht. Wir spielen einfach Play. Alter, da kann man... Ähm. Nichts gegen tun, wollte ich sagen. So. Das leckt es einfach hier. Alles klar. Easy. Easy. Ja, da kommt... Da kommt ein... Und? Hilfe. Eigentlich ohne E. Aber egal. Wo. Cookie ist da. Alter, was geht hier gerade ab? Kollegen. Hilfe. Hilfe. Ja, das Hi. Das Hi. Das. Irgendwer. Hilfe. Hilfe. So, ähm... Der Modado da. Hatten wir gerade eben auch schon. Okay, ich ziehe da fehlt noch ein F. Hatte, kann er nicht schreiben. Mann, Mann, Mann. Äh. Da ist Agare. Jo. Da ist Puku. Hilfe. Alter. Ey, das ist so... Manchmal geht's gar nicht. Da ist die Erde wieder. Die Erde ist aber größer als wir. What the f... Alles klar. Gut. Äh. Dann sind wir erstmal wieder der größten Gefahr. Gerade eben wieder entflohen. Da ist Bolle. Da ist Rumänien. Easy. E-W-Z-E. Nein. Gut. Dann laufen wir hier lang. Was heißt, wir laufen? Wir schlürfen uns über den Boden. Und sammeln die neue Punkte. Wir sind wieder gleich bei 100. Komm. 100, 100, 100, 100, 100. Ja. 100 haben wir. Ich glaube, ich habe ja vor der 100 schon gesagt. Aber gut. Ähm. Das Agario. Den will ich haben, Kollege. So, jetzt habe ich ein Stück von Agario. Gefraytet. Guck. So geht das. So kann man es machen. So kann man es machen. Aber so sollte man es mal nicht übertreiben. So sollte man es nicht übertreiben. Das heißt, jetzt bin ich eher gegangen, lieber. Dann muss ich nur hoffen, dass ich so schnell wie möglich wieder zusammenkomme. Bitte geh wieder zusammen. Bitte geh wieder zusammen. Als ein großes Ding. Weil dann können mich auch nicht mehr so viele essen. Äh. So hat man noch eine größere Fläche. Das Cookie. Ach, bitte, bitte, bitte. Lass mich wieder zusammenkommen. Ich bin gleich bei 300. Bitte lass mich auch noch die 300 schaffen. So. Äh. Da rein. Da links ist irgendwer drin. Da will ich jetzt aber nicht hin. Ja. Die 300 habe ich. Und ich bin auch wieder als ein. Großes. So. 3x2. Die Cookie kann mich aber essen. Weil die, wenn die mir spaltet, trotzdem noch größer ist als ich. Und es leckt einfach. Und ich glaube, Cookie will mich. Nein, will er nicht. Alles klar. Äh. 320. Alles klar. Es geht eigentlich gerade voll. Pika. 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 War doch gerade. Kollegen. Ganz ruhig. Ihr müsstet mich nicht in die Zange nehmen, ne? Da ist wieder Cookie. Alter. Da ist die Erde. Da ist die Erde. Tschüss. Alles klar. Ähm. Nein. Der will mich. Der will sich gleich spalten. Darauf habe ich aber keine Lust. Nein. Ich habe nicht gekriegt. Jetzt bin ich wieder leichtes Futter von für andere. Komm, 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 komm. Der macht hier gleich einen Double Kill. What the fuck? Was ist jetzt gerade passiert? Was ist gerade passiert? Ich habe nichts gedrückt. Das kommt manchmal so. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Das heißt, wenn uns einer kennt. Wenn das Spiel einer kennt. So richtig. Easy. Äh. Dann schreibt mir bitte mal, woher das kommt. Ich habe keine Ahnung. Wieso man sich manchmal so spaltet. Oh, ich bin schon bei. Score 500. Bitte. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Nicht, habe ich gesagt. Alter, alter, alter. Bitte wird wieder groß. Bitte wird. Ja, ja, ja. Perfekt. Okay, egal. Erstmal wieder zusammen. Erstmal wieder zusammen. Erstmal wieder zusammen. Erstmal wieder als ein großes Ding werden. Oh Gott, ey. So, jetzt hier müsste das Ende sein. Genau. Jetzt lasse ich mich kurz einmal selber fressen. Nyam, 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 nyam. Gut. Alter, bin ich schon groß. Jetzt kann ich hier wieder ein Double. Fast ein Double Kill machen. Ähm. So, jetzt muss ich nur wieder wissen. Größer werden. Und dann die Acht fressen. Oh, oh. Komm, komm, komm. Werd größer, werd größer, werd größer, werd größer. Werd größer, bitte, bitte, bitte. Ich kriege, ich versperre mir den Weg hier. Ich verstehe. Du gehst unten rein, ich geh oben rein. Alles klar. Wir machen Team. Wir machen Team. Komm, werd doch jetzt groß als ein Ding. Ja, da kommt ein Andi. Ich habe nicht gesehen. 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 Ich mache doch Team. Ich mache doch Team. Ich muss hier weg. Der macht gleich 100 Pro. Nee, gut. Er geht auf den. Er geht auf den. Gut. Alles klar. Alter, ist das einfach. Oh Gott, Alter. Das nervt richtig mit diesem Abschießen. Weil man kann, man hat nicht mehr Zeit zu reagieren und versuchen abzuhauen. Aber gut, ähm, hau einfach ab, Kollege. Guck mal, nimm doch den Herz. Nimm doch das Herz. Nimm doch das Herz, Kollege. Ja. Nein. Ja. Nicht. Oh, dieses Spiel macht mich noch verrückt, Alter. Mann. Oh, das gibt es nicht. Alter. Oh, so. Eine Runde kriegen wir noch. Last try. Äh. Eine Runde kriegen wir noch hin. Da war wieder Bolle. Ich habe wieder nicht aufgepasst, mit was man startet. Wie viel, äh, Score. Aber gut, ähm. Es liegt einfach, da ist die Niederlande. Komm, stirbt die Niederlande. Ich renne dir hinterher. Besonders ich. Falle hinterher. Ist er weg. Ne, da ist er wieder. Ich glaube, jetzt ist er sogar... Das war schon eindeutig knapp. Sag ich dir mal. Gut, da leckt es wieder. Da habe ich wieder. Ah, das stehen. Alles klar. Alles klar. Gut, ähm. So, dann habe ich jetzt hier. Oh, da sind noch gute Punkte. Da sind gute Punkte. Schaffen wir noch die 100 vor. Rennende wollte ich gerade sagen. Vor. Folgenende. Also, wenn die Folge dann, äh, endgültig vorbei ist, dann kann ich mich auch einfach fressen lassen. Bleib weg. Bleib einfach weg. Bleib einfach weg. Bleib einfach weg, bitte. Alter. So. Äh, da ist ein blau, biebio, krosse. Fress mich nicht, fress mich nicht, fress mich nicht. Ich muss eigentlich vor ihm hinter mir gerade keine Angst haben. Solange der sich nicht wieder ein Ding zusammen macht, ist das nicht allzu schlimm. Alles klar, jetzt haben wir hier die 130. Ja, die 100 haben wir noch geschafft vor Ende. Äh. Nein. Zum Beispiel, wenn ich jetzt W drücke, dann kann ich mich hier die Masse weg machen und spalten. Und jetzt habe ich hier. Kann ich einmal kurz gucken, ob da noch meine Masse liegt. Oder ob er die jetzt bekommen hat, Kollege. Ne. Die Masse ist weg. Das heißt, die können die Masse, glaube ich, dann auch essen. Also, äh, kann man hiermit auch noch irgendwas machen? Ne, kann man nicht. Alles klar. Nur mit W und Leertaste. Ähm. Gut. Das ist die Niederlande wieder. Meins. Gut, eigentlich ist jetzt folgendes Ende, aber... Ich bin gerade wieder so gut dabei. No name, ne? Kollege, bleib weg. Das ist mein Punkt. Und jetzt gehe ich hier wieder... Nein, der spaltet sich. Ja. Habe ich doch gewusst, dass er sich spaltet. Na, jetzt habe ich ihm einfach... War der falsche Tast... Na gut, hat eigentlich relativ gut geklappt jetzt. Ähm. Das heißt, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Und, äh, schreibt in den Kommentar. Jetzt kommt einmal das Bing von mir, also jetzt. So. Und, ähm, hier unten ist ein schwarzer Balken. Da ist nämlich Werbung. Da steht einfach Werbung drauf, damit da Werbung verdeckt wird. Und, ähm, ja. Dann sage ich so, wenn es euch die Folge gefallen hat... Wenn es euch die Folge... Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Und, äh, schreibt in den Kommentar. Ich spiele nochmal kurz einmal ganz, 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 ganz kurz. Denn ich möchte einmal... So viel spalten wie möglich. Wenn ich jetzt auf 50... Ich einmal nochmal kurz auf 15, dann spalte ich mich einfach so viel wie möglich. Das wollte ich machen. So, ähm. Bei 50 kann man sich ja so einmal spalten. Gut, okay. Okay, das heißt, äh, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like. Da kriege ich hier irgendwie einen kleinen. Hier, guck mal, den kannst du doch... Mich kannst du doch haben. Bitteschön. Ähm, ja. Das heißt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Und schreibt in den Kommentar. Das heißt, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Und, äh, ciao, ciao.